Diese gelbe Schachtel, die sehen Sie hier bei mir in der Hand und ist dort auf den Stühlen. Das heißt, wer noch diese Schachtel haben möchte, ich verrate mal noch nicht, was drin ist, aber was ist was drin, der kann sich gerne hinsetzen, kann ja auch schon mal aufmachen. Lässt sich öffnen, die Schachtel. Und dort ist ein Ball versteckt. Was dieser Ball soll, werde ich gleich auch nochmal erzählen. Aber wir haben ja noch 60 Sekunden, um noch den einen oder anderen Stuhl zu füllen. Es wird interessant, aber das ist ja die ganze Messe schon, das wissen Sie ja. Uns freut es, dass Sie schon so frühzeitig Platz genommen haben, weil das Thema Demografiemanagement, Demografiewandel ist offensichtlich spannend. Und noch 30 Sekunden, um die letzten Stühle zu füllen. Da sind noch welche. Auch alle Stühle haben, wie gesagt, diese Schachtel. Dort ist ein Ball versteckt. Was dieser Ball mit den Integrater und oder mit Ihnen zu tun hat, werde ich dann auch gleich sagen. Ich gehe mal einen Schritt nach vorne. So, Sie haben zwar einen Ball, das heißt, Ihnen fehlen zwei Bälle, das können Sie jetzt nicht nachmachen. Das ist klar, Sie werden jetzt mal die Bälle beobachten und wir sind immer noch bei der Personal. Da schüttelt schon jemand den Kopf. Sie haben jetzt drei Bälle im Blick. Und der rote Ball, der ist jetzt in der Mitte, der steht im Mittelpunkt. Das könnten jetzt Sie sein, das könnten Ihre Mitarbeiter sein, es geht um Qualifizierung. Und dann gibt es hier Menschen, die das anbieten oder auch Firmen. Das könnte ein Trainer sein oder eine Firma, was auch immer. Die dann hier in Kontakt steht und dann haben Sie hier natürlich das, was vermittelt werden soll. Das könnte auch wiederum unterschiedlich sein. Wenn wir jetzt über Demografiemanagement sprechen oder Demografiewandel, ist es ja so, dass es, sagen wir mal, eins, zwei, drei verschiedene Alterstufen gibt. Wahrscheinlich bei Ihnen im Unternehmen, könnten auch mehr sein. Diese spezielle Zielgruppe, die also ein bisschen über die anderen steht, das ist das, was natürlich im Schwerpunkt ist. Was qualifiziert, opla, nicht nur qualifiziert werden will, sondern natürlich auch vielleicht anders angesprochen werden. Da muss man auch wieder aufpassen, dass das wieder zu anders wird. Sie sehen jetzt diese drei Bälle und ich behaupte auch, wenn Sie nicht drei Bälle werfen und fangen können, sind Sie alle Jongleure. Zeigt das noch im anderen Bild. Sie alle haben das hier, Sie haben Aufgaben, Prioritäten, Termine. Die meisten haben einen Chef von Ihnen, der ist über Ihnen, der hat Druck aus, wie stark, weiß ich nicht, kann aber sein. Nein, Sie alle haben E-Mail, Sie haben ein Handy, Sie haben das hier, Sie haben alle Hände voll zu tun, auf Deutsch, Sie jonglieren. Und dieses Jonglieren machen wir in einer kleinen Vorstufe. Sie können mal die Schachtel mal aufmachen oder auch lassen, ich zeige Ihnen mal, was drin ist. Dort ist ein Ball. Und da Sie ja nun mal jetzt gleich einen Vortrag von Integrator hören, ist das so, dass wir natürlich auch dazu eine kleine Anleitung vorbereitet haben, die nicht in der Schachtel ist. Das ist jetzt schade. Das ist diese Anleitung. Das ist eine kleine Comicfigur, die Ihnen zeigen wird, was Sie mit diesem Ball tun können. Fünf Übungen, ich zeige mal diese ein, zwei, das ist eine Übung, das ist eine, da gibt es verschiedene Übungen, die Sie erstmal tun müssen, weil Sie damit Körper und Geist auch ein bisschen fit halten. Dieses können Sie auch gezielt einsetzen. Brauchen Sie nur eine Schere, so was ist in der Regel im Büro zu haben. Das können Sie, weil hier vorne mal Motivation steht, könnte ich ja mal so tun, als ob ich jetzt den Begriff Motivation von diesem Gesamten abschneide. Wie Sie das verkaufen, dem Unternehmen ist mir egal. Sie haben damit einen Zettel. Das könnte ein Buchstabe M sein. Sehen Sie das? Kann man gut erkennen. Das könnte aber auch ein Buchstabe W sein. Wir haben Vorschläge drauf gemacht, da steht Wünsche, Wandel, Weiterbildung, Werte. Es geht aber auch um Motivation, Mut, Möglichkeiten und vor allem um Menschen. Integrata hat natürlich sehr viel mit Menschen zu tun, so wie Sie in Ihrem Unternehmen. Wie Sie diesen Zettel einsetzen, ist mir egal. Auf jeden Fall passt der nur so in Ihre Schachtel. Diesen Zettel gibt es nicht bei mir. Den gibt es vielleicht bei Herrn Wächter, in jedem Fall am Stand von Integrata. Das war der Einstieg. Ich darf um dolleren Applaus bitten für Gerhard Wächter, der das Thema Demografie, Management, Perspektive, Weiterbildung dann auch richtig präsentiert. Vielen Dank.